Guten Morgen, heute ist Freitag, der 18. März. Wir machen uns bereit für unsere Tour. Heute soll es nach Hafling gehen, wo die berühmten Haflinger Pferdchen herkommen. Das werden über 1000 Höhenmeter und mal sehen, wie wir dann drauf sind. Vielleicht fahren wir dann noch ein Stück weiter. Jedenfalls geht es jetzt los. Jedenfalls geht es jetzt los. Jedenfalls gehen. Jedenfalls geht es jetzt los. Jedenfalls geht es jetzt los. Wir haben jetzt die nächsten Balls. Bis zum nächsten Mal. 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 Schwarzbretterei. Bis zum nächsten Mal. 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 Umziehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.